Hallo, mein Name ist Claudia Wiese. Ich bin Dozentin bei Paracelsus seit 2008 und möchte Ihnen mein Seminar Imaginationen, seelische Bilder verstehen, gerne vorstellen. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass unser Gehirn und unsere Seele Sprache nur sehr schlecht verarbeiten kann, aber Bilder gut versteht. Ich möchte mit Ihnen durch Träume und durch geführte Imagination eine Möglichkeit schaffen, dass Sie diese Bilder verstehen lernen. Ich möchte Ihnen mit verschiedenen Übungen zeigen und Sie in die Lage versetzen, dass Sie Ihre eigenen Bilder verstehen lernen und vielleicht die Muster durchschauen können, die dahinter stehen, die uns auch im Alltag oft prägen. Ich kann Ihnen versprechen, dass es eine spannende Reise wird, die Sie mehr in Kontakt mit sich selbst bringen kann und die sowohl in Gruppen als auch in Einzelarbeit stattfinden wird. Das Seminar richtet sich an alle Menschen, die mehr Selbsterfahrung erleben möchten oder Therapeuten, die ein zusätzliches Element in ihrer Praxis anwenden wollen. Aus meiner eigenen Erfahrung und mit meinen eigenen Bildern weiß ich, wie hilfreich und wie heilsam diese Arbeit sein kann. Außerdem richtet sich das Seminar an Therapeuten, die mit dieser faszinierenden Methode sehr schnell in eine intensive Arbeit mit ihren Klienten kommen möchten. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung in meiner eigenen Praxis möchte ich dieses Wissen gerne an Sie weitergeben. Und falls ich Ihr Interesse geweckt habe, würde ich mich sehr freuen, Sie in einem meiner Seminare begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Claudia Wiese.